So läuft das. Easy. Alter, dann schauen wir mal, wo wir noch hin müssen. Und eine ist eine Bote. Na, mein Held? Was machst du denn hier? Mir kam so einiges zu Ohren, was du in der Zwischenzeit angestellt hast. Ganze Horden von diesen Echsenkriegern sind hinter dir her, weißt du das? Ach was, ist ja interessant. Aber keine Antwort auf meine Frage. Glaubst du denn, ich bleibe hinter der Theke meiner Kneipe, während du hier draußen den ganzen Spaß hast? Ich dachte, du könntest meine Hilfe brauchen, wusste aber nicht, wo ich dich finden kann. Also bin ich einfach an die Küste zurückgelaufen und habe auf dich gewartet. Irgendwie wusste ich, dass du hier noch einmal vorbeikommst. Also, wie sieht's aus? Nimmst du mich mit? Aber sicher, und da fragst du noch. In Ordnung. Du bist dabei. Schön. Aber pass auf. Ich habe an der Westküste eine Menge dieser Echsenkrieger gesehen, die nur darauf warten, dir das Leben schwer zu machen. Wüsste gern, was sie so aufgebracht hat. Wenn ich diese Insel vor der totalen Vernichtung retten will, muss ich leider die Gräber ihrer Ahnen plündern. Und das versuchen sie zu verhindern. Bisher hast du noch alles hinbekommen. Du wirst auch das schaffen. Danke für deine Zuversicht. Hoffentlich hast du recht. Dann geh mal vor. Ich werde dir folgen. Alles klar. Das war leicht. Diese Echsen sind ganz schön hartnäckig. Sie tragen Rüstungen aus einem Material, das sich Obsidian nennt. Ziemlich hartes Zeug. Dann sei lieber vorsichtig und pass auf, dass sie uns nicht umzingeln. Alles klar. Das war's mit dem Vieh. Wie kommt es nur, dass bisher niemand diese Echsenwesen gesehen hat? Vielleicht haben sie alle glauben lassen, dass es sie gar nicht gibt? Und wenn sie doch mal jemand gesehen hat? Dann war es vermutlich das Letzte, was derjenige je gesehen hat. Diese Mistkerle. Lass sie uns fertig machen. So. Aufgepasst! Aufgepasst! Ja! 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 Wer liegt jetzt am Hohen? Diese Ruinen machen mir Angst. Ach, tatsächlich? Dann solltest du dir mal die Tempelruinen der Echsen ansehen. Die sind beängstigend. Mir reichen schon diese alten Gemäuer hier. Ich schnapp mir den Mistkerl. Du willst Streit anfangen? Kannst du haben. Genau das war's. Pass auf. Ja, so ist das richtig. Gut, dann machen wir hier weiter in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss.